Hallo ihr Lieben, ich bin Emily von Katas Lifestyle. Den Link findet ihr einmal unten in der Infobox. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Bis dann. Guten Morgen ihr Lieben. Ja, wir sind schon ein bisschen nack, aber wirklich was gemacht haben wir noch nicht. Ich habe mir ein bisschen Make-up ins Gesicht geklatscht, dass ich nicht immer so schlimm aussehe. Ein bisschen Lipglas drauf. Und ja. Finn spielt mit dem Playmobilzeug, was ich eigentlich in der Kiste hatte, aber ja, natürlich gleich wieder raus. Hier sieht es halt ziemlich aus, aber wir gehen ja nachher auf den Geburtstag und deswegen können wir heute nicht wirklich aufräumen, weil heute ist normal Putztag. Bei wem ist es noch alles Sonntagsputztag? Finn hat vorher einen Riesenwuteinfall bekommen und zwar hat er wirklich über eine halbe Stunde geschrien, also nicht geweint, geschrien war das wirklich, es war richtig furchtbar und nichts konnte ihn davon abhalten, und dann wollte er zum Beispiel, als er sich angeschlagen hat, dass ich heile, heile mache, also heile Segen, heile, heile Segen, ich weiß nicht, wer das kennt, und sobald ich das gemacht habe, dann aber nein, und dann Durst, gebe ich es ihm, nein, also richtig, richtig Trotzphase, aber dass er das eine halbe Stunde macht, das ist auch für ihn ein neuer Rekord, ja Schatz, ach ja, aber jetzt ist er ja wieder besser drauf, wir essen es demnächst mal, würde ich sagen, drei sollen wir da sein, mal schauen, ob wir es schaffen, also Finn braucht auf jeden Fall Mittagsschlaf, so wie der zur Zeit drauf ist, möchte ich es nicht verantworten, ihn ohne Mittagsschlaf irgendwo hinzunehmen, jetzt kann er wieder kein Wässerchen trüben, sollen wir essen? ja, ja, ui, der Fabi hat wieder Brötchen mitgebracht, so, wir machen jetzt mal einen Latte, so, Fenegrit ein, heiß, heiße Kaffee, heiße Kaffee, heiße Kaffee, jetzt haben wir gegessen, Finn hat mal wieder nur Käse gegessen und Ei, nicht so gut für den Kelle, ich bin noch nicht ganz bei mir, nicht so gut für den Cholesterinwert, jetzt, wisst ihr was, ich habe die Kamera, nicht mal eine Woche, und schon ist ein Fussel drin, das ist richtig doof, wie der da reingekommen und kriegt den irgendwie wieder raus, ja, Schatz, also der Vlog gestern ist jetzt ziemlich kurz geworden, und ich hätte gerne so immer so 10-15 Minuten für mich, das ist eine gute Länge, was meint ihr, findet ihr es zu lang, zu kurz? hat es mir halt schon aufgefallen, dass, ähm, ihr nicht so rettelig seid, ne? und ich deswegen ziemlich viel allein erraten muss, und ja, Problem ist halt, das ist halt mein Alltag, der Tag ist schon passiert, und für mich ist es dann eigentlich auch langweilig, das anzuschauen, deswegen weiß ich nicht, was euch interessiert, und deswegen wäre es echt mega cool, wenn ihr mir erzählt, was euch interessiert, dass ich das einfach, ich bin da betriebsblind, sagen wir es mal so, ja, ich finde es jetzt auch besser drauf, vielleicht ist sie wie die Mama, und ist einfach schlecht gelaunt, wenn er Hunger hat, genau, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt da filmen kann, bei seiner Schwester, weil ich glaube, die wollen nicht, dass die Kinder im Internet zu sehen sind, und ich möchte das natürlich nicht alles zensieren, das ist nämlich schwierig, da braucht man, pro Kopf braucht man drei Spuren zum Bearbeiten, und dann wird es ewig lang, und dann verliert man die Übersicht, und deswegen müssen wir einfach mal aufpassen, dass ich die jetzt nicht filme, mir ist aufgefallen, ich schaue total oft weg bei dieser Kamera, weiß ja immer, Das ist blöd, oder? Das nervt, also das hat mich beim Schneiden schon voll genervt, dann probiere ich das immer so ein bisschen rauszuschneiden, wenn ich jetzt mal so viel weil das ja auch blöd ist, dann sieht man ja nichts das ist ja auch doof, aber dann erzähle ich da gerade irgendwas und dann kann ich es nicht einfach rausschneiden, also bis man das alles mal Oh mein Gott, jetzt frage ich mich, wie lange ich wohl jetzt schon meinen Finger auf dem Mikro mal wieder hatte, das ist das nächste, was mir aufgefallen ist, ich habe dauernd meinen Finger auf dem Mikro, verdammt, warum? Jetzt hat Fen wieder seine Spielzeugkiste ausgeleert, wie ich eigentlich verkaufen wollte, also das Zeug da drin Ja, also bis ich hier jetzt endlich mal, ich bin echt kein guter Follow-me-arounder Also ich glaube, es braucht noch eine Weile, bis ich das alles wirklich richtig raus habe, meinen Finger nicht mehr auf das Mikro zu tun in die Kamera zu schauen nicht wegzuschauen und auch mich zu filmen, wenn ich rede und nicht einfach so irgendwie Ja Naja Übung macht den Meister, vielleicht habe ich es ja Tag 7 dann mal raus Ich bin ja echt gespannt, wie das ankommt, weil ich sehe ja in den Analytics Das eigentlich jetzt nicht viele wegen den Follow-me-around mich abonniert haben, sondern eher Food Diary Mein Windeltaschen-Video Also das Windeltaschen-Video, das kommt echt mega gut an, das hätte ich ja nie gedacht Wirklich, das hat mich richtig erstaunt Ja, und deswegen hoffe ich, euch gefällt es trotzdem, wenn ich jetzt mal eine Woche vlogge weil ihr so einfach mehr über uns erfahrt Ich meine, klar, habt ihr jetzt ja schon zum Beispiel dass das Kind zurzeit nicht schlafen will Ich bin da Super, gut gemacht Ich mache mal einen Kuss So, wir gehen jetzt los Ich habe heute mal wieder meinen Lieblingspulli an und eine neue Hose die so schimmert, die ist verwitzig und Stiefel Draußen schneit es Ich muss jetzt mal sehen Schnee Ich werde nicht schlafen Da ist der Fini Maranje Hallo 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 Fin Hallo Hallo Fin Hallo Fin Siehst du noch das Wort? Katze Ja, gehen wir zur Katze Ja, zeig mal die Katze Geh mal zur Katze, los Nein Geh mal zur Katze Mach mal Ei-Ei Aufpassen, vielleicht ist es heiß Hast du Ei-Ei gemacht? Nein, da ist nicht heiß Ich brauche die Hose Super Hehehe Es ist Okay So Wir waren jetzt noch kurz bei KFC Haben uns noch einen Nachtisch geholt Nämlich das geliebte Ben & Jerry's Eis Leider gab es unsere Sorte nicht mehr Beide nicht Aber wir probieren jetzt mal eine andere Und ja Fin wird gerade eine Geschichte vorgelesen Und ich bin fix und fertig Und meine Nass juckt Deswegen ist sie jetzt so rot Und ich habe Zahnschmerzen An dem hier Ähm Heute Habe ich nicht viel gefilmt Habt ihr ja gemerkt Aber es ist auch immer doof Weil die eigentlich nicht möchten Dass ihre Kinder so Im Internet sind Und da ist das Verpixeln Das ist immer echt eine Mordsarbeit Weil man jeden Millimeter das neu setzen muss Wenn die Kinder sich bewegen Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig gewesen Da zu filmen Und dann filme eben ich meistens Weil Patty sich unterhält Und dann Was kann ich dann filmen Meistens eigentlich nur Und Fin dann alleine Und ja Ist halt ein bisschen langweilig Ich hoffe es macht euch nichts aus Und ähm Als ich gerade auf mein Handy geschaut habe Habe ich gesehen Dass ich in eine neue Gruppe Eingeladen wurde In WhatsApp Und zwar Nadine Ihre Hochzeitsgruppe Und oh mein Gott Ich habe mich so gefreut Ich fühle mich so mega geehrt Und Patty hat sich natürlich auch gleich gefreut Weil der hat sich sehr gut Mit dem Robot verstanden Ach Einfach mega Ich freue mich immer noch Ich bin immer noch geflasht Einfach so lieb Also wir schreiben ja jeden Tag Eigentlich alle miteinander In der WhatsApp Gruppe In der YouTube Gruppe Und dass sich da Freundschaften Daraus entwickeln können Und man dann auch noch Zu einem tollen Unvergesslichen Tag Den man wahrscheinlich Nur einmal im Leben hat Eingeladen wird Wirklich So super Und ja Ich habe Patty gefragt dann Und der hat sich auch gleich gefreut drüber Weil die sich ja so gut verstanden haben Und auch wenn wir da was vor hätten Würden wir das jetzt bestimmt Auf jeden Fall absagen Ähm ja Ja Ich verlinke euch auf jeden Fall Noch das Eis schmecken Und das war's dann auch mal wieder Für heute Kann ja nicht immer so lang sein Aber ich glaube Vielleicht auch mal ganz gut Zwei Tage nicht so lang Morgen geht der normale Alltagswahnsinn weiter Ja Und dann sage ich mal Bis morgen Hochschul型 Bis morgen Ja